Rezept-Ideen für die Feiertage Weihnachtsmandeln 200 Gramm Mandeln 100 Gramm Schokolade ätherische Öle 2 Tropfen Zitrone 1 Tropfen Zimt 1 Tropfen Nelke 1 Tropfen Kardamom 1 Tropfen Muskat Man kann natürlich auch Orangenöl nehmen oder eines der vielen anderen Öle Zur Zubereitung die Mandeln schälen und leicht anrösten die Schokolade zugeben und schmelzen vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen ätherische Öle in die noch flüssige Schokolade einrühren gut verrühren und Mandeln einzeln zum Trocknen auflegen nun festlich verpacken und guten Appetit! Hast du gewusst? Mandeln gegen Krebs Wer täglich zwei oder drei Mandeln isst braucht niemals Krebs zu fürchten so Edgar Cayce der schlafene Prophet also ist dieses Geschenk für unsere Leben ein gesundes und kostbares Geschenk für mehr Rezepte www.secretsofnature.org 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 www.secretsofnature.org